Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Mir ist aufgefallen, dass ich ja heute jetzt hier gar nicht mit einem alternativen Weihnachtsreittier unterwegs sein kann, weil ich ja absteigen musste und man kann von diesem Weihnachtsreittier nicht absteigen. Das heißt aber, damit ihr jedes einmal gesehen habt, gut, beim Hirsch ist es jetzt egal, wenn es dann eben das weibliche Tier ist beim Dammwild, das hat halt einfach nur kein Geweih. Okay, aber der Bär und der Elch stehen noch aus und ich habe mir gedacht, dass ich doch in der Theorie dann vielleicht jeweils mit beiden morgen und am Donnerstag das Jumpy machen könnte. Ich nehme das dann einfach für Donnerstag wieder vorab auf, weil Donnerstag sind sie dann ja offiziell schon draußen, aber dann habt ihr jedes Mount, jedes Mount, jedes Reittier einmal gesehen. So, jetzt fangen wir aber an hier mit der Quest. Wenn man dieser Nachricht trauen kann, ist Evergrey in New Hillcrest angekommen. Aber das muss ein Fehler sein, er wurde doch verbannt. Evergrey, das ist der Droide, den wir laut Fripp finden sollten. Wir müssen sofort mit ihm sprechen. Vergesst nicht, dass er von den Droiden verbannt wurde. Er könnte gefährlich sein. Und wenn schon, wenn es auch nur den Hauch einer Chance gibt, dass er uns dabei helfen kann, Anne nach Hause zu holen, ist keine Gefahr zu groß. Natürlich, ich sage ja nur, dass wir vorsichtig sein sollten. Das junge Fräulein Cloudmill hat recht. Evergrey kann man nicht trauen. Er hat Geheimnisse aus unserem Gewölben gestohlen und den Orden der Droiden betrogen. Er hat mit Hexen zusammengearbeitet. Wir haben auch schon mit einer Hexe gearbeitet. Nicht alle sind böse. Ja, Pi ist sehr hilfreich, wenn man sie erstmal kennt. Ihr wisst nur wenig von Hexen, Soul Rider. Solange Pi's Interessen sich mit unseren decken, ist sie eine wertvolle Verbündete. Aber eine Hexe denkt nur an sich. Aber wir sind nicht hier, um über Hexen zu diskutieren. Meine Nachricht wurde überbracht. Was ihr mit den Informationen anstellt, bleibt euch überlassen. Hallo? Gibt es da noch irgendwelche Zweifel? Wir müssen ihn treffen. Tiffany, vielleicht sollten wir zwei allein gehen, um zu sehen, ob es sicher ist. Linda und Alex können hierbleiben und warten, was wir herausfinden. Perfekt. Dann habe ich mehr Zeit, den Pandoria-Kodex zu studieren. Viel Glück euch beiden. Komm, Tiffany. Wir treffen uns draußen in Valedale. Gut. Liv... Liv Trisa. Triff Lisa draußen im geheimen Steinkreis. Dann steht das fest. Ja, was eine Aussage. Es ist schon eine Weile her, dass Starshyne und ich einen schönen Ausritt hatten. New Hillcrest ist weit weg. Was meinst du, Starshyne? Sollen wir lieber einen Transporter nehmen? Wenn es dir egal ist, würde ich lieber den Wind in meiner Mähne spüren. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Wir sehen uns in New Hillcrest, Tiffany. Ja, wunderbar. Und zack, ist er doppelt. Da hinten steht er noch und hier ist er gerade fröhlich abgedampft. Und das, meine Lieben, ist Starstable-Logik. Oh, jei, 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 jei. Ja, wir nehmen aber definitiv den Transporter, weil von Valedale bis nach New Hillcrest... Leute, Leute, das ist fast einmal bei der komplette Map. Weiter würde nur gehen hier von da nach da. Ich glaube, das ist immer noch länger unterwegs. Oder von ganz da oben nach ganz da... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich lasse mich abholen. Und wir fahren von Moorland aus nach New Hillcrest. So. Wir kommen, um dich abzuholen. Du wirst zurück zum Stall gebracht. Oh, guckt mal, Leute, da ist noch ein Tinker. Ach, die Tinker sind so toll. Also, Winterglimmer wird bei mir mit Sicherheit auch nicht der letzte Tinker sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich meine, ab April zieht dann ja auch mein alter Account Dina Sunfield hier auf diesen YouTube-Kanal. Und die hat ja auch noch einen von den neuen Tinkern. Und zwar quasi aus Alt nach Neu Daydream hat sie nochmal. Den schwarz-weißen Tinker. Den hatte ich ja mit ihr damals im alten Modell. Und den habe ich auch im neuen Modell dann mit ihr gekauft mit dem gleichen Namen. Weil ich das eigentlich ganz cool fand. So als Andenken auch. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen zweiten Tinker hier. Aber, ähm, ja. Also wie gesagt, ich kann mir noch weitere sehr gut vorstellen. So. Das Pony hatte ein Problem. Sieht so aus, als wäre jemand vor uns angekommen. Ein Droide. Avalon! Ach. Ja, guck mal an. Ich bin auch gerade erst angekommen. Ich glaube, ich habe diesen Evergrey gefunden. Und wer ist da bei ihm? Das sehen wir jetzt. Ist das Avalon? Ihr habt mich also hierher zurückgerufen und meine sehr wichtige Forschung unterbrochen. Und wofür? Soul Rider-Dummheiten? Eine Drohung gegen die Soul Rider ist eine Drohung gegen unseren Orden, gegen Jorvik, gegen das Universum Höchstselbst. So sehr es mich auch schmerzt, das zu sagen, wir brauchen dich hier bei den Bewahrern. Ha, typisch für dich, Avalon. Dass du jede Kleinigkeit zu einer möglichen Apokalypse aufbauscht. Es gab schon früher Soul Rider und es wird auch wieder welche geben. Häng dich nicht zu sehr an sie. Denk langfristig. Ist das nicht die Art der Droiden? Jorvik schafft das schon. Diesmal nicht. Herr Sands hat das Buch der Lichtzeremonien. Die Generäle sind zurück. Zumindest drei von ihnen. Moment mal. Du hast das Buch der Lichtzeremonien verloren? Ich habe es nicht verloren. Es wurde gestohlen. Aber darum geht es auch nicht. Es wird ernst. Der geheime Steingreis wurde angegriffen, Fripp verletzt und... Wir von den Bewahrern. Das war mal solch ein friedliches Restaurant. Und jetzt schau dir an, wen sie hier alles reinlassen. Komm, meine Liebe, suchen wir uns ein anderes Lokal. Wir vom inneren Kreis der Bewahrer glauben, dass wir... Also geht es wieder um dieses alte Märchen, ja? Es geht da ganz schön hitzig zu. Wir sollten wohl eingreifen. Oh, Tiffany, wie lange hast du uns schon beobachtet? Wie ich sehe, hat der Beobachtungsmeister meine Nachricht überbracht. Ich hätte euch schon früher von Evergreys Ankunft berichtet, aber ich habe etwas Zeit mit ihm allein gebraucht. Schließlich, so ungern ich es auch zugebe, ist er mein Bruder. Tiffany, erlaube mir, dir Evergrey vorzustellen. Tu nicht gut, nichts nutz, Schande für den Orden der Droiden. Und mein Bruder. Starschein? Starschein, bist du das? Du warst noch ein Fohlen, als ich dich zuletzt gesehen habe. Und das muss deine neue Reiterin sein. Lisa, nicht wahr? Behandelt sie dich gut? Starschein, warum sprichst du nicht? Hast du deinem alten Freund nichts zu sagen? Ich hatte... Das hat Starschein zu sagen. Nichts. Mami, warum redet der komische Mann mit dem Pferdchen? Psst, wir befinden uns hier unter Zivilisten, die kennen keine sprechenden Pferde. Oh, stimmt ja. Tiere sprechen in diesem Teil von Jorvik nicht. Wir sehen uns später, Starschein. Und du bist Tiffany? Ich habe schon viel von dir gehört. Selbst im fernen Norden hat es Gerüchte gegeben. Vielleicht sollten wir diese Unterhaltung anderswo fortführen. Im fernen Norden, ja. Mal gucken, wann wir da mal irgendwann hinkommen, ne? Ja, suchen wir uns einen etwas privateren Ort. Aber zuerst... Avalons Beitrag wurde aktualisiert. Da. Jetzt ist hier, glaube ich, noch irgendwo... Evergrey steht jetzt nicht irgendwie... Ja, Beziehung. Evergrey, Bruder. Habe ich jetzt hier alles bekommen? Ich glaube, den hatte ich noch gar nicht, oder? Er ist 42. ist Archival der Druiden, gehört zu den Bewahrern Ardins und hat am 18. Oktober Geburtstag. Ist damit vage. Er ist in Valedale zu Hause, im Mondsicheldorf geboren, also hier in Epona. Er ist am liebsten Pilzpastete, kennt sich mit Alchemie, Kräuterkunde, Runensprachen und Bibliothekswissenschaft aus. Hobbys sind Gartenarbeit und Eurobrettspiele. Irgendwelche Gesichtsbehaarung mit der hässlichen Narben unter der Kapuze, das willst du gar nicht wissen. Und Beziehung Evergrey, sein Bruder. Als ich Avalon das erste Mal traf, hatte ich ein wenig Angst vor ihm, mit diesem wehenden Roben und wie er sein Gesicht unter dieser Kapuze versteckt. Aber als ich ihn näher kennenlernte, erkannte ich schnell, dass er sehr liebenswürdig und freundlich ist. Er hilft immer gerne mit dem alten, überlieferten Wissen der Druiden oder einem ungewöhnlichen Rezept. Elisabeth vertraut auf Avalon, weil er umfangreiches Wissen besitzt und immer kluge Ratschläge gibt. Die Soul Rider, besonders Linda, kommen auch oft zu ihm, um nach Rat zu fragen oder ihre Freundschaft zu vertiefen. Avalon ist manchmal ein kleiner Schwarzseher, aber da er immer zu Fripps apokalyptische Vorhersagen hören muss, kann ihm das niemand verübeln, oder was meinst du? Avalon ist gerne in seinem Garten. Dort pflanzt er Heilkräuter an und kümmert sich um seine schönen Blumen. Er ist eigentlich immer sehr höflich, wenn Pferde durch seinen Garten reiten, aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass er sich wirklich sehr darüber aufregt. Ja, wer würde das denn nicht tun, wenn jemand seine Blümchen zerquetscht? Also, so kann ich schon noch irgendwie nachvollziehen. Das muss ich schon sagen. Gut, ihr Lieben, das war's jetzt aber für heute. Morgen geht's weiter mit einem Championat. Da nehme ich dann, glaube ich, den Elch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss! Musik Musik